Was geht YouTube? Marcel Zoll und Scorpion ist back am Start hier für euch. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode WTF, also wieder 10 Facebook-Fragen von euch. Da gibt es so eine Frage mit 5000 Likes, also richtig krank. Würde ich auch mal sagen, labern wir nicht so an dem heißen Brei, sondern fangen direkt mal an mit der ersten Frage. Alexandra fragt, kannst du dir schon vorstellen, mit Lena Kinder zu haben? Beste Erfindung aller Zeiten. Lena fragt, was findest du besonders attraktiv an einem Mädchen? Also bei Mädchen finde ich übelst attraktiv, wenn sie einfach groß und brünett sind. Josefina fragt, wann hattest du dein erstes Mal und wie war es? Ziemlich überraschend würde ich sagen, da war ich bei ihr und wir haben so ein bisschen gechillt einfach nur. Ich glaube da war ich zum ersten Mal bei ihr, oder? Warst du beim ersten Mal? Nein. Klar. 100% ich bin beim ersten Mal. Und dann hat sie mich halt einfach gek***t. Ich wusste es nicht, was ich machen soll. Kuba fragt, benutzt du Kondome? Jo, wahrscheinlich, oder? Rebecca fragt, was machst du, wenn Black Ops 3 genauso schlecht wird wie Ghost? Chantal fragt, wie war der erste Kuss mit Lena? Oh, ja. Isabel fragt, wirst du irgendwann nochmal ein Nuklearduell machen? Nein. Katharina fragt, was müsste passieren, dass du mit Lena Schluss machst? Tod 1,2 Triple. Terry fragt, wie hast du Lena kennengelernt? Ey Schatz, ich hab dir was mitgebracht. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.